Wenn du damit fertig bist, könntest du dich dann bitte um diese Präsentation kümmern? Danke. Also, ähm, Katrin hat dich gerade voll abblitzen lassen. Ach Gott, also, warte, was kommt jetzt? Die will ja nur erobert werden. Gibt's noch was? Zeig du's mir. Du bist der Boss. Ich glaub, ich geh noch was kleines essen, bevor Leis mal kommt. Ich hab auch mega Hunger. Irgendwie wollen wir vielleicht zusammen gehen. Ich bin keine Kollegin. Wenn ich mit dir essen gehen will, dann sag ich das. Du hast ihren Blick nicht gesehen, als ich mit Rosa zusammen im Auto saß, Mann. Peinlich berührt. Nein, eben gerade nichts. Mann, Katrin, die kann sich das einfach nicht eingestehen, weil sie Angst hat, die Kontrolle zu verlieren, aber ich weiß, dass irgendwas ist. Ja, genau. Wir träumen weiter. Unser Verhältnis ist gut und professionell. Und ich möchte, dass das genauso bleibt. Alles klar? Katrin? Bist du das? Was? Pass auf, der ist gefährlich. Tja, wärst du mal mit mir essen gegangen, dann wäre dir das jetzt nicht passiert. Die Dame. In den Dingern stößt du doch auch einen freifachen Salto, oder? Was hattest du gehofft? Naja, also schon, dass du mir jetzt von lauter Dankbarkeit in die Arme sinkst. Tja, tja.